Hey Chomber, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt doch mal wieder News zu Cyberpunk 2077 und ich habe dir die wieder kompakt zusammengestellt, also legen wir direkt mal los. Morgen wird eine neue Comic-Mini-Reihe erscheinen und zwar mit dem Titel Kickdown. Da heißt es Motoren an, es ist Zeit die Straße zu übernehmen. Mit dem Fuß auf dem Pedal des heißesten Wagens in Night City macht sich die Tochter eines berüchtigten Autodiebes daran, die Vergangenheit zu bereinigen. Inmitten von Gangstern, Rennfahrern und Kriminellen verbreiten sich Gerüchte schnell und genau das ist Teil des Plans. Es gibt auch bereits die ersten Seiten des Comics als kleines Preview. Wenn du jetzt nicht gespoilert werden willst, dann überspringt das Kapitel einfach. Auf der ersten Seite geht es um einen Typen, der sich Green Dragon nennt. Ein Rennfahrer der Tiger Claws. Er ist mit einem aufgemotzten Mitsutani MZ2 unterwegs, dessen V8 Motor den Wagen von 0 auf 100 in 3 Sekunden bringt. Und ja, 60 Meilen in der Stunde sind rund 100 kmh. Der Chum glaubt tatsächlich, er wäre unantastbar, aber dann... Naja, auf der nächsten Seite sehen wir eine Gestalt, die das wohl zu verantworten hat. Offenbar die Tochter des Autodiebs. Sie wird Mint oder Mind genannt. Sie fruchtet da irgendwas an der Karre rum, denn offenbar will sie das Auto stehlen. Auf der nächsten Seite sehen wir einen Rückblick zu einer Situation, wo sie mit ihrem Dad unterwegs war. Wir erfahren, dass sie von ihm alles gelernt hat und so schafft sie es schlussendlich auch, das Auto kurz zu schließen und damit zu verschwinden. Schließlich fährt sie versunken in schmerzhafte Erinnerungen zu einem Rennen. Dort glaubt man, wegen der Karre natürlich, dass es sich um Green Dragon handelt. So sehen wir, und das sehen wir auf der letzten Seite des Previews, dass die Anwesenden ziemlich dumm aus der Wäsche schauen, als sie entdecken, dass es jemand anders ist. Soweit die Preview. Beginnt auf jeden Fall schon mal spannend. Wie gesagt, morgen startet die englische Mini-Comic-Reihe und ab 4. März 2025 gibt es das Ganze auch als Buch mit allen Teilen. Der Preis für das Buch wird dann bei 20 Euro liegen. Ob es eine deutsche Version gibt, weiß ich gerade nicht. Doch ich glaube nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Vor einiger Zeit ist das Buch No Considence, also keine Zufälle, von Rafał Koshik erschienen. Nun gibt es aber auch eine deutsche Hörbuchversion davon. Gesprochen wird die von Simon Elias. Aktuell gibt es nur eine einzige Bewertung und die ist positiv. Aber man kann ja mal reinhören. Hier ein Auszug aus der Hörprobe. Aus den Regenschleiern tauchte ein klobiger Kastenwagen auf. Sah gepanzert aus. Die vier Türen sicherlich auch. Die Kugeln aus dem SMG würden vermutlich nicht mal einen Kratzer hinterlassen. Langsam erhob sich Saw, blieb aber in seinem Versteck. Die andere Straßenseite war wegen irgendwelcher Reparaturarbeiten gesperrt, die sonst zweispurige Straße zu nur einer Spur verengt. Eigentlich hätte die Security zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen oder lieber gleich einen Umweg nehmen sollen. Aber offenbar setzten sie darauf, nicht aufzufallen. Weder der Kastenwagen noch der Wagen davor trugen irgendwelche sichtbaren Markierungen. Ein beliebiger Passant würde nichts Ungewöhnliches bemerken. So, jetzt, befahl die Stimme. Saw zielte und drückte den Abzug durch. Das kurze Rattata halte von den umstehenden Gebäuden wieder. Die ohnehin schon wenig belebte Straße wurde schlagartig noch leerer. Spätestens jetzt würde den Wachen des Konvois klar sein, dass ihre Tarnung aufgeflogen war. Die Salve hatte die Panzerung des vorderen Wagens durchschlagen und den Motor geschrottet. Das kleine SMG hatte es also doch gepackt. Saw starrte es verblüfft an. Das Militec M221 Saratoga war optisch nicht gerade die imposanteste Wumme auf dem Markt, aber die Hochgeschwindigkeits-Wolfrahmgeschosse machten mit leichter Panzerung meist kurzen Prozess. Nach ein paar Salven war die Waffe dann im Arsch, aber das konnte ihm ja egal sein. Der Regen hörte auf. Unter der Motorhaube quoll zischend Dampf heraus. Oder Rauch. Doch niemand stieg aus. Der Kastenwagen war keine fünf Zentimeter von dem mit Kreide auf dem Bordstein gezeichneten X entfernt zum Halten gekommen, das der Regen noch nicht vollständig weggespült hatte. Steckte mitten im Engpass fest. Genau nach Plan. Der Quadra-Coupé hinter dem Kastenwagen, ein richtiger Oldtimer, hatte abrupt gebremst und als der Fahrer des Kastenwagens zurücksetzen wollte, knallte er volles Rohr in die Stoßstange des Sportwagens. Eine große, schlanke Frau stieg aus dem Quadra, um den entstandenen Schaden in Augenschein zu nehmen. Kurzes, dunkles Haar, hohe Absätze, elegantes Kostüm. Falscher Ort und falsche Zeit für eine wichtig-tourische Konzernschnäpfe, um ihrem gerechten Zorn auf andere Verkehrsteilnehmer Luft zu machen. Warum zum Henker steigen die nicht aus? Warden stand über einen Klapptisch gebeugt und beobachtete die Geschehnisse auf den Monitoren. Die Digitalanzeige in der rechten unteren Ecke zählte die Zeit runter, bis die Bullen auftauchen würden. Nur ein Schätzwert, aber besser als nichts. Durch die Fenster sah er die umliegenden Hochhäuser, die im Regen kauerten wie geisterhafte Monolithen. Der Regen war ein Segen, aber keine Erfolgsgarantie. Wie lange würde es dauern, bis ihn jemand hier oben entdeckte? Es war nur eine Frage der Zeit. Aber er befand sich im 33. Stockwerk eines im Bau befindlichen Wohnhauses im Süden von Haywood und damit gute drei Kilometer vom Schauplatz des Hinterhalts entfernt. Also sollte er wohl ausreichend Zeit haben, um abzuhauen, falls die Scheiße anfing zu dampfen. Kostenpunkt liegt hier angeblich bei 27,95 Euro oder du nutzt einfach einen Audible-Probemonat, wenn der bei dir noch offen ist. Alternativ sind es halt 9,95 Euro für einen Monat. Damit erhältst du das Ding dann kostenlos, also für die 9,95 Euro, beziehungsweise innerhalb des Probemonats. Das Abo ist halt jederzeit kündbar, also ganz easy. Ich bin bereits bei Audible, bevor es noch bei Amazon war und ich höre sehr viel über diese Plattform. Zum Buch selbst, also zu dem Inhalt, kann ich jetzt noch nichts sagen, weil ich es noch nicht lesen konnte und ich auch ein wenig auf die Hörbuchversion gehofft hatte. Und nun, wo sie da ist, kann ich mir die Geschichte auch unterwegs anhören, was super perfekt für mich ist. Damit kann es dann demnächst eine kleine Buchbesprechung geben. Dann erwartet uns am 4. Juli, also am Donnerstag, um 17 Uhr noch ein neuer Red Stream. Diesmal geht es um das Audio-Gamepack von Embody Audio. Ich zitiere mich mal aus meinem letzten News-Video. Dabei handelt es sich um eine personalisierte Audio-Tag, der Sound-Erlebnis im Spiel nochmal deutlich steigern soll. Hier mal eine offizielle Demo, die das Ganze rüberbringen soll. Hier mar Ment работать! In Galvanrift packen! Hier Gomez drehe mich Krasse! rem Fall! Gut! Muessen! Auf! Dieses Audio-Gamepack wird aber nicht durchs CD Projekt RED entwickelt, sondern von M-Body Audio und somit hat das Ganze auch ein ganz eigenes Preisschild. Das Pack kostet nämlich einmalig 20 Euro. Ob es das wert ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber glücklicherweise kann man das Ganze 14 Tage lang testen und eben schauen, ob das ganze das persönliche Spielgefühl steigert oder eben nicht. Den Link zu der Seite von M-Body Audio habe ich dir ebenfalls in die Beschreibung gepackt. Zum Abschluss dann noch eine weitere Info. CD Projekt RED veranstaltet anlässlich der Gamescom erneut ein Community-Treffen in Köln. Das soll am 22. August stattfinden. Willst du teilnehmen, dann melde dich über die verlinkte Seite in der Beschreibung bei CD Projekt RED. Die Teilnehmeranzahl ist auf jeden Fall beschränkt, also werden die nach irgendeinem Auswahlkriterium gehen. Wenn du also dabei sein möchtest, solltest du denen auch einen guten Grund angeben. Und das war's doch schon mit den neuesten News zu Cyberpunk 2077. Tschum, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen. Bis zum nächsten Mal.